Hallo Freunde und willkommen bei Max Bischoff. Wir sind ein bisschen in den Arsch, weil wir haben heute schon ein bisschen gegurkt. Ich habe heute ein bisschen Unterstützung hier. Partisanen sind hier aufgetaucht und haben mit mir zusammen, was soll ich sagen, gebläsert. Das hier, meine Freunde, ist ein Blazer, der ist immer am Blasen, aber er hat nicht mehr geblasen, weil die Benzinpumpe ja schrott war. Dann war ein Vierteljahr ungefähr der Tank da unten in der Ecke so am rumliegen und es hat immer noch nicht geblasen. Und irgendwann kamen die Jungs vorbei und haben gesagt, komm, lass uns mal eine Runde blasen gehen, damit die Küsse besser bläst. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier einen Tank reingeblasen und den soll jetzt wieder blasen. Wir sind auch schon gefahren damit, es bläst auch wieder. Also jetzt ohne Blasen mal blasen beiseite. Ach hier, ich habe die TÜV-Schelle gefunden. Hier, guck mal. Wo? Wo kommt die denn her? Wo war die? Die war in der Bremsanlage. Der ist ja gut, der ist ja wieder da. Ey, wie viele Kilometer sind wir gefahren? Fünf, sechs Kilometer? Ja, die ist noch da. Immerhin. Ja, haben wir die jetzt. Wir haben hier einen Chevy, wir haben jetzt einen Tank da wieder drin. Das Ding läuft, wir haben eine Benzinpumpe wieder eingebaut. Wir haben eine gebastelt, die fast schon geiler ist das Original. Auch adaptabel jetzt. Das heißt, wir können die sogar noch umklemmen und so eine ganze Scheiße um. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so ganz kopfverbrechend, das Ding jetzt wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, das haben wir natürlich noch nicht ganz fertig. Wir haben den Tank auch nicht ganz festgeschraubt, weil so wäre es auf Dauer vielleicht ein bisschen problematisch geworden mit der Kiste. Aber im Großen und Ganzen. Ja, ich habe sogar schon angefangen zu Gurken. Hier ist übrigens der Tank da nicht fast. Dann haben wir jetzt hier das Auto so von unten. Gucken wir mal hier, sieht alles noch relativ kernig aus. Kannst nichts zu sorgen. Kein Rost. Ich habe schon ein bisschen Seilfett verpasst, wo ich gerade eh schon unten war, ne? Weil so ein bisschen da ein bisschen Liebe kriegt und hier ein bisschen Liebe und dort, weißt du? Und hier hat der Tank. Und diesen Tank wollen wir jetzt richtig verbauen. Ihr seht, das ist noch sehr provisorisch. Jetzt hier guckt. Das sind die neuen Verschraubungen. Die sind super. Aber hier, Tankrollen richtig festgeschraubt, da drin den Dreh festgetübelt. Er hat eine lange Verlängerung in der Hand, kriegt da schon die Panik mit. Warte, ich leuchte dir. Jetzt gucken wir mal ein bisschen richtig fest, damit hier auch alles ordentlich seinen Weg hat. Dann müssen wir noch haben, ganz wichtig, das ist ein Leerfilm. Aber das ist für Gurken. Ein Fahrrad-Leerfilm. Hier haben wir jetzt den Film getestet. Hier ist ein bisschen Sprit drin. Hätte ja nicht alles von Anfang an filmen können. Aber haben wir natürlich nicht gedacht. Hier ist der Unterfachschutz von dem Auto, der noch unter muss. Das ist unter dem Tank. Weil wir müssen ja wenigstens alles ein bisschen stabil haben. Beim Blazer ist halt so, beim Blazer ist alles aus Stahl. Alles. Alles ist an diesem Auto extrem schwer. Alles hat viel, viel Gewicht und ist unglaublich hart zu drehen. Oh. Hopp. Ah. Na. Ah. Bin gleich bei euch. Also ich will mal sagen, Unterfahrschutztechnisch, da kannst du auch Bismarck mit drauf fahren. Das ist kein Problem. Das geht alles. Ja, das ist halt sehr viel Auto, ne? Auch wenn ihr jetzt hier unten guckt, den ganzen Unterfahrschutz hier. Das ist alles richtig dickster, feinster Detroit-Gurkenstahl. Und auch nicht mal angerostet. Er ist schon nicht gut von uns tatsächlich. Gute Reifen drauf. Bremsen sind gut aus. Nichts drin. Ausgenudelt. Schönes Auto. Eigentlich fast schon Jammer hat ich ihn verkaufen will, ne? Jan hat nur keinen Bock mehr. Der ist so angepisst auf die Kiste. Der ist so angepisst. Die ganze Tankgeschichte hat ihn so umgehauen. Hör dir das an. Der ist fast wieder fest. Ja. Ja. Für Jan passt das nicht. Bei Jan muss das so sein, wenn deine, was ich auch finde, wenn eine Benzinpumpe verbaut ist, dass deine Wartungsluke im Auto ist, damit du im Auto diese Scheiße tauschen kannst. Kannst du hier aber nicht. Ich muss den Tank ausbauen. Genau, aber man schneidet oben eine Wartungsluke rein. Beim Camaro kann man das machen. Habe ich schon mal gesehen. Beim Camaro, wenn die Pumpe haben. Schön auf die beiden Pole liegen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist eh fast leer georgelt. Auf jeden Fall, wie er gleich läuft, seht ihr am Ende. Wie hier. Oh, das Ersatzrad hat noch Luft, Alter. Was? Das Ersatzrad hat Luft? Ja. Da steht sogar Radial drauf. Da steht sogar Michelin drauf. Alter. Da steht sogar XB4 drauf. Ja, das ist ja überhaupt ein Datum drauf, ne. Der Alters ist ja nicht drauf. Nö. Nö, eigentlich nicht. 22,7 Pfeil. Das sind die besten. 22,7 Pfeil? Ja. 1997. Das ist ja noch neu. Guck dir den geilen Reifen an. Ich glaube, ein 96er Baujahr ist der hier. Ich bin jetzt nicht im Kopf. Guck dir mal den geilen Reifen an. Der ist auch gut, Mensch. So einen geilen Reifen hast du in dein Leben gefahren. So einen geilen Reifen fahr ich momentan. Komm, der ist wirklich geil. Der ist ja perös. Ja, nö. Den soll ich noch nicht fahren. Den würde ich echt noch fahren. Also wenigstens, wenn ich eine Panne habe. Also ja. Aber für einen Rotrück geht der auch noch, ne? Ja. Du, bis er runter ist, bis er kein Profil mehr hat. Was ich gerade sagen. Und der fährt sich nicht mehr so schnell ab. Das ist der Vorteil daran. Genau. Der ist noch so gut. Neuwerdig. Sehe ich auch so. Also solange er nicht mehr Profil kriegt, als er sollte oder noch genug hat. Ist alles gut. Sehe ich genauso. Alles im grünen Bereich. Guck mal, so die Bremsleitung kam mal neu, die hier hinten sitzt. Bremsleitung, diese Bremsleitung rostfrei. Das ist, glaube ich, selbes Prinzip wie Trabant, ne? Das ist hinten links, rechts fertig. Genau, mit Verteiler. Genau so ist es. Und irgendwo noch ein Tropenminder reingebaut. Kann man davon nicht sehen. Wahrscheinlich gehen die Bremsleitung wieder da lang, wo man die nicht sehen kann. Nicht über den Tank, weil sonst habe ich die gerade noch ganz schön oben gesperrt. Wollte ich gerade sagen. Katastrophe. Katastrophe. Aber, was soll's. Wir gleich läuft hier gleich. Ganz ruhig braune. Jetzt wollen wir mal eben kurz diesen ganzen Tüdelkram zusammenbauen, den Unterfahrschutz da wieder runter hieven. Das ist übrigens der Grund, warum wir mehrere Leute sind, weil alleine kriegst du die Scheiße dann nicht hoch. Du hast keine Möglichkeit. Es ist so. Zum Kotzen. Junge. Das hat ja wirklich ein Allrad. Ja. Das läuft ja noch nicht von ab. Was hat er denn für ein Allrad? Ja, der hat irgendwo da hinten Verteilergetriebe sitzen. Hier ist die Glocke. Da geht er irgendwie da hinten aus dem Automatiketriebe raus. Hier ist Verteilergetriebe. Und dann geht er hier über die Antrittwelle nach hinten runter zur Desintervention. Wie man so kennt halt. Einrad halt so. Ach, hier ist die Kader. Ja. Ach, da ist das. Ja, okay, jetzt weiß ich. Ja. Bei Mercedes ist das andersrum. Ich kann das nicht. Das ist nicht mein Auto. Das ist kein Mercedes. Guck, da hat sogar vorne eine Drehstabfeder rum. Ne? Auch ganz geil gelöst. Das ist ein Anhänger dasselbe. Was das Auto am besten kann, das schwer sein. Es ist scheiße schwer. Bei der Bühne war ein Exen, der so alles wackelt, alles kippelt. Das ist richtig viel. Ich kann er nicht ernst. Das ist ja gut auch gemacht. Würde ich gerade sagen. Also vorher war es krimineller. Gut, dass wir jetzt erst filmen. Sehe ich auch so. War doch alles gut. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir diesen Kram da unten gespaxt haben. Weil dann ist das Leben für uns ein bisschen einfacher, wenn es unten gespaxt ist. Das ist das Leben vorbei. Für uns. Ja. Und für alle anderen auch. Aber der Blazer lebt. Immer. Da ist er so live. Da ist immer. Jetzt wieder. Ich kann so kacke sein, wie man mal essen. Aber er bleibt immer da. Ich will jetzt nie verlassen. Ne. Auch sonst wenn du so guckst hier. Getriebeölweine ist trocken. Motor ist ziemlich trocken. Der Reifen ist doch noch nicht von ab. Obwohl ich finde. Aber wenn ich ehrlich bin mit den Reifen, die hier drauf sind. Ich finde, ich finde die von hier profilfichtig zwar. Da müssten so richtige, so amerikanische Reifen drauf. Du fährst so. Genau so. Das sind die guten. Also diese ganz, diese ganz, diese ganz hier, diese richtigen Offroad-Buddel, keine Ahnung was Reifen. Die sind ja teuer. Und die Original-Felgen. Offroad-Buddel-Schrotplatzreifen. Und die Original-Felgen finde ich auch nicht so schön. Das sind die Original-Felgen. Da müssen so richtig fette. Hattest du die mal lackiert? Ja. Bremsstaub ist ja auch schwarz. Kann ich gerade sagen. Das sind jetzt so Kupferfarben. Das ist fast hier. Das ist fast schon wieder Design. Was so furchtbar ist, morgen ist schon wieder Sonntag. Ich kann nicht Auto waschen. Weil ich finde die das wirklich gerne waffen. Der hat ein bisschen Seilfett schon gekriegt da in der Ecke. Da war ich schon ein bisschen bei. Das ist gut, das Waschen vorm Seilfett zu erwähnen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Du musst den direkt konservieren. Mit dem Seilfett. Das ist scheißegal, Alter. Hauptsache die Scheiße rostet nicht weiter. Und rostmäßig hat er nicht viel. Das ist der Vorteil daran. TÜV ist ja auch noch. Er hat sogar noch TÜV. Aber man kann halt überlegen noch einen neuen TÜV draus zu machen. Ein wiegescheiß. Das ist Ersatzschrauben. Oh, perfekt. So, da ist noch eine Schraube. Die hält diesen ganzen Glitteradatsch-Gurkenkram vor dem Herrn irgendwie daran fest. Guck mal, das ist wirklich unterfahrschutztechnisch. Da kannst du zwei raus machen, ey. Oh, hier fällt noch eine Schraube. Was? Ich hab den Rest eigentlich weggeschmissen gerade. Da ist er schon angegurkt. Der Tank, der kann nicht mehr abfallen. Der kann auch nicht kaputt gehen, weil mit den ganzen Klaus-Geschichten, die da unten dran sitzen, da kannst du drei Kläuse raus machen. Oder mindestens einen Wilfried. Alter, da krieg ich nicht Bausch mit, den ist verkauft. Oh, Differenzialtron. Ich würd nicht sehen, dass wir wieder so eine gute Kiste kriegen. Im Leben nicht mehr. Ja, guck, ich spring dir ins Gymnick. Gleich ist der Videotitel anders. Glaser wird auch nicht verkauft. Wir werden ihn auch nicht verkaufen, ja? Ich spring dir ins Gymnick, der kommt weg. Ja, der kommt nicht weg. Ich spreche ihn nur gut, aber der kommt weg. Nein, der ist gut. Der kriegt ja schon wieder Kopfschmerzen. Hier ist Feuchti. Der fehlt mir schon gut. Oh, mein schöner Platzer. Verlängerung? Du meinst, das war anstrengend, ne? Das Problem ist, dass jeder Arbeit, die du in diesem Auto machst, ist wie so eine Lkw-Werkstatt, ne? Und eine Lkw-Werkstatt ist halt doppelt so hardcore schwer zu drehen und tüdeln wie ein normales Auto. Das ist ja auch ein Lkw. Ja? Also bei den festgegabbelten Schrauben kann das sein, ne? Ja. Alter Schwede. Aber das sieht echt tüffig aus, was wir gebaut haben, ne? Also tüffig auf jeden Fall. Und wenn der Scheißlein da funktioniert, dann erst recht. Wenn ich die Schraube hier schief reingewirkt hab, das ist ein Schwachstreuer. Ah, die dreht sich aber gerade. Das ist immer so. Mein Arm fällt gleich ab. Wie kann das denn sein? Oh, und Arm fällt gleich ab. Ja, du musst kuscheln ein bisschen mit den Saalfetten. Gut ist das. Ich wechsel bei der Anziehscheiße, weil das hier... Ne, outgesourcet. Wurde outgesourcet nach Indien. Ja. Kommst du aus Indien? Ja, natürlich. Ich bin Indien. Oder fährst du in Indien? Ich fahre in Indien. Ich spreche aus Indien. Ich komme aus Indien. Alter. Allein der... Boah. Allein der Unterfahrschutz von dem Auto... Ne, ich will hier weggehen. Das riecht glaube ich gleich. Ähm, wiegt das so viel wie ein Smart? Ja, die Zwiebeln da. Die extra Zwiebeln haben reingehauen, ne? Ja. Guck mal, Magna Flo. Der will ich nicht langlaufen. Da will ich nicht hin. Das möchte ich auf jeden Fall nicht. Aber der ist immer noch am Drehen. Oh, komm, geh fest, du Scheiß. Komm, geh fest. Besser ein Unterfahrer als ein Überfahrschutz. Bist du sicher, dass der sich reinzieht? Ja. 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 Da rausziehen tut er sich immer nicht. Ne. Ganz sicher. Da haben wir noch mal Schräubchen. Da haben wir noch mal Schräubchen. Und dann müsste der... Muss er weg. Äh, der war nicht schlecht. Der Dünner war echt nicht schlecht. Der Dünner war echt nicht schlecht. Aber der hat reingehaut. Der Dünner war schlecht für die Nase. Das stimmt. Der tat auch nicht gut. Was war das hier eigentlich? Schießerei? Demnächst macht es in der Blecherei. Schießerei. Weiß wo? Das ist Schießerei. Das ist Schießerei, ja? Das ist halt Kabelbinderprinzip. Wenn du die Kennzeichen jahrelang an Ultramar anbringen musst, die aber keine Kennzeichenmulden haben, dann musst du mit Kabelbindern arbeiten. Und dann kriegst du halt 100.000 Löcher rein. Guck dir diesen Scheiß an, Mann. Das ist doch wie ein Auto. Wir müssen mal kurz gucken, ob wir die mittleren noch eben da rantüdeln. Die müsste das gewesen sein. Die da, so. Das ist noch da. Das ist er. Das ist er. Und dann ist der untergebaut. Boah, ey. Das ist so viel Auto. Ich guck dir ja echt gegen an. Ich hab so eine fette Karte in meinem Leben noch nie gehabt. Oh, ich hab jetzt ein LKW. Das ist besser als Bändix. Besser als Bändix. Egal. Also auf Schieb Cherokee, da krieg ich Bauchschmerzen bei. Echt jetzt. Guck dir das an, Hasi. Guck dir das an. Oh. Wenn wir nicht abbauen, wird auch lustig mit den Bühnen ab. Wenn wir jetzt so guckt. Oh. 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 Oh, wird schon schiefgehen. Jungs. Jetzt die Frage. Jetzt haben wir diesen ganzen Mist da geschraubt, ne? Das ist meistens immer so der Klassiker, wenn wir das Ding anmachen, das funktioniert nicht mehr. Richtig. Lassen wir immer. Was? Ist immer so. Irgendwer haben wir noch immer. Was meint ihr? Läuft der jetzt? Ja, ja. Ich bin dafür. Ich auch. Wie gesagt, nein. Sonst kommt noch der ist auch geschraubt. Genau. Dann fährt er weg. Für immer. Udo. Oh. Bruder. Und noch so eine schöne, leise Benzimpuppe, die mir... Das macht wie die Alte. Ja. Kann er wenigstens auf eigenen Rädern zu Udo fahren. Oh, die Lampe ist da auch noch. Gut, dass wir daran gedacht haben. Ja. Gut, dass wir an die Lampe nicht gedacht haben. Ich will mal im Kofferraum reingucken. Ich weiß, dass der mit dem Kofferraum rumliegt von dem Auto. Ich will nicht filmen. Meinst du, das ist schlimm? Ich glaube, ja. Ich weiß auch, dass ich alles rausgeholt habe. Einfach last minute. Und alles in den BMW reingeschmissen und niemand mehr da reingeguckt habe. Warte mal. Warte mal. Aber sonst ein sehr gutes Auto. Ja, das Zustand ist gut, aber die Erinnerungen sind böse, ne? Oh ja. Guter Zustand, schlechte Erinnerungen. Das war doch Filmland, ey. Guck mal, der Bremse liegt noch im Kofferraum. Oh, ist noch was drin. Perfekt. Ist noch nicht mal leer. Zwei waren, drei Ecke. Hast du noch ein Erste-Hilfen-Set drin, was noch aktuell ist? Ich brauche noch eins. Aktuell habe ich gar nichts. Klingt tüffig, Alter. Klingt tüffig. Jetzt noch ein bisschen aufräumig. Also das Gewicht von dem richtigen Ami habe ich ja schon. Aber irgendwie fühle ich die Autos nicht. Du bist Mercedes-Fahrer. Das ist eine andere Welt, ne? Als Benz-Rider. Aber du hast immer noch 4,3 Liter Hochraum, ne? Genau. Und weißt du, wann hast du noch eine Sonnenbrillenhalterung? Alter. Das hat dein Benz nicht. Naja, und die ist so hart nach... Also die riecht so nach Plastik, das ist unglaublich. Guck mal, hier ist noch so ein Garagentoröffner. Geil. Ja! The American way of life. Hier drückst du den Knopf und dann geht dein scheiß Garagentor auf. Hier hast du noch so eine Pimpel. Die geht halt nicht. Die andere ging, glaube ich, davon. Die ging noch... Ne, da ist die Bühne kaputt. Boah! Oh! Haha! Repariert! Siehst du? Da musst du mal richtiger Elektriker mal eine Hand drauf haben. Daran wäre, dass du Elektriker bist. Genau. Hab ich gedacht schon? So lange gegen, bis es funktioniert. Hier ist nix mehr drin, ne? Ne, hier ist nix drin. Was da reingehen, weiß ich auch nicht. Ein Fallschirm? Ja, da musst du hier hinten die Leuchten anmachen. Das ist gut. Da ist Dreck drinnen. Dann machen wir wieder aus. Wollte ich gerade sagen. Aber so und? Deswegen ist es top. Und weh ist es. Der Bremsenreiniger. Der Bremsenreiniger. Der Bremsenreiniger. Ich hör den raus, bevor du verkaufst. Das war mit der alten Benzinpuppe, ne? Das war jeden Morgen. Jeden Morgen bist du Bremsenreiniger. Einfach auf Schlacht. Oh! Einfach auf den Tegel. Einfach auf den Tegel. Das sind geil. Die Münzhalter, die sind gut. Das stimmt. Wollen wir den abbauen? Meiner. Nee, der gehört dazu. Der gehört zu den. Das ist der Armin-Lifestyle. Guck mal, hier haben wir noch so ein bisschen. Oh, die Einladung fällt ein bisschen auseinander. Aber hier haben wir noch eine Blazerbetriebs- in Deutsch. In Deutsch? General Motors. Overseas Situation Corporation. Bruder. Ja, das ist Deutsch. Ist das? Was? Check-Heft. Auslieferungsinspektion. Komm, Check-Heft. A, B, E. Check-Heft, das will jeder sehen. Check-Heft? Nein, glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er ein Check-Heft hat. Check-Heft gepflegt. Bis 30 Kilometer. Guck mal hier rein, Warte. Aber das geht noch, ne? Service in Europa. Aber Cadillac hier. Bruder. Manchmal Amis. Wurde das Ford nicht draufstehen. Nee, die ganzen Adressen war drauf. Schade, interessant gewesen. Aber ein Check-Heft war das, glaube ich, nicht der Wagen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Check-Heft gehabt haben. Mein Pony hat es überhaupt nicht gehabt. Nee? Gar nicht. Das ist ja da je Buch. Trabi hat so einen Scheiß gehabt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh. Meine Ahnung war doch. Guck mal hier. Das Ding wusste jetzt auch noch. Ich wollte gerade sagen. Da bist du drauf angemeldet gewesen. Da hätte ich jetzt schönen Scheiß mitmachen können. Hättest du richtig, ne? Da hättest du richtig YouTuber machen. YouTuber-Lifestyle, Junge. Alter, geil. Warte, nee, wenn ich hier jetzt irgendwann antinne, wird das irgendwas Falsches sein. Da können dann auch die Schlimmsten sein. Die Langeweile während der Fahrt. Die Langeweile. Ich schwör dir das. Alter, es hat nicht ein geiles Gefühl, wenn diese Scheiße alles wieder läuft. Alter, es hat ein geiles Gefühl, weil der warm ist und draußen ist das arschkalt. Das ist geil, ne? Das ist geil. Sind doch gerade damit gefahren. Am besten ist das Gefühl, dass die anderen halt noch draußen stehen und wir hier drinnen sitzen. Schön, wenn man die Tür zumacht, dann ist das noch viel schöner. Wenn die, wenn die, wenn die, wenn die werden die richtig entfaltet. Oh Gott, naja, ist hier ne Puffhitze. 4 Grad, oh, da ist noch Waren draußen. Oh, guck, kann man umschalten? Auf amerikanisch, 40 Grad. 40 Grad, ja, dann geht's. 40 Grad, ja, dann geht's. 40 Grad Waren halt. Kannst das sogar ausmachen, das ist ja toll. Westen, da ist Westen. Weht der Wind nach Westen, klebt ruhig ich's Arsch am besten. Genau so ist er. Aber noch irgendwas, wenn wir gucken müssen. Die Deck muss auch wieder rein. Deck muss aufgeräumt. Ich wüsste jetzt nix, warte mal. Das hab ich mal gemacht wegen der Antenne. Haben wir hier noch, da ist noch ne Alterung. Hier ist noch ein Deckel für den Dingsenkasten. Da ist noch ne Sicherung drin. Ja, perfekt. Der kommt hier an der Seite irgendwo an. Und was auch geil ist, hier sind meine ganzen Teilnahmebescheinigungen noch für meine Führerscheinverlängerung, was ich sie wiedergefunden hab. Ich wusste echt nicht, wo die sind. Irgendein Auto hab ich mir gemerkt. 20 Millionen Sohn. Hast du aktiv vergessen, dass die hier sind? Ja, hab ich eh vergessen. Schmutz, bleib draußen. Schmutz, wir haben Regen verdient. Ich bin ja mal ein Chevy. Wir haben ja keinen Sechszylinder, so wie wir hier. Ja, ja. Keine 4,3, Mann. Genau. Was ist denn hier? Oh, hier ist noch Material drin zum Essen. Kennst du die noch mit diesem Pulver drin? Ich glaube ja. Oh, geiler Scheiß. Alter, was ist das denn für ne Zitrone? Ich hab keine Ahnung, ich lass die nicht. Ich auch nicht. Der Monster ist wahr. Der kommt doch immer wieder rein. Ist das Kokain? Ja. Ging mir unter die dritten Zähne besser, oder? Ja, in der zweiten Zähne hätte ich jedenfalls besser als die. Mal gucken. Wir haben hier irgendwo auch noch eine Machete. Jetzt klebt hier alles wegen dem Loddy. Oh, super. Scheiße. Nee, da sieht er nicht auf. Bin da auch so blöd für. Und währenddessen macht er einen auf Tony, oder? Ja. Guck mal, wie ruhig der sein kann. Wie sauber der Motor läuft. Mit gescheitem Benzindruck und neuen RIDEX Zündkerzen läuft das Ding... Läuft das Ding wie neu? Schneid das raus. Nee, der läuft wirklich geil. Ja, der ist super. Der läuft wirklich geil. Kannst du sagen, was du willst. So rund... Ich sag, der Film findet die Ami so geil. Ist chillig, ist auch nicht spannend. Da kannst du mitzählen fast. Ja. Da kannst du eigentlich fast mitzählen. Also hier ist ein Lichtschalter, das ist so ein Knochen. Ein Lichtschalter, das so groß ist, da kannst du zwei Autos drauf machen. Ich finde das so... Das Ding ist... Dermaßen groß. Aber dermaßen billig, ne? Ja, richtig billig. Überlegen Plastik, ne? Richtig billig. Du wolltest das ja nicht sagen, ne? Das ist aber so. Das Ami-Plastik ist hammermäßig billig gemacht. Das ist hammermäßig billig. Das Ami-Lifestyle. Das wirtschaftet die komplette Ami-Szene. Mhm. Aber es zieht sich auch überall durch bei den Amis. Was schön an dem Wagen ist, der hat funktionierendes Klima. Hier, das zeigt mir ziemlich scheiße. Das ist die Sonneauto. Hier, das zeigt mir richtig scheiße. Was ist das eigentlich? Weiß nicht. Ah ne, der hat nicht funktionierendes Klima. Guck mal her. Ich zieh dir einen rein. Nur die andere Seite. Egal, wie du nimmst. Das ist trotzdem scheiße. Das ist Zucker. Das muss er haben. Die Tacho-Beleuchtung funktioniert nicht ganz. Machst du hier eigentlich. Die geht doch gut. Eine Birne ist kaputt, glaube ich. Ne, das ist auch nicht genau. Rechte Flanke Drehzahlmesser. Aber Drehzahlmesser ist auch besser. Zeig meinen Ellenbläder, wo das besser aussieht. Das muss den Scheiße drin liegen. Ich kann den 210er zeigen, wo das besser aussieht. Das stimmt. Aber den hast du nicht da. Den musst du eben holen. Ne, ne. Kann der Tacho, äh... Kann ich dir auch zeigen? Ne, Leute. Aber soviel zum Thema Blazer. Nur eben, dass ihr wenigstens irgendwie im aktuellen Stand seid, dass der jetzt wieder läuft. Ähm... Ja, weil sonst hätte ich es euch nicht zeigen können, ne? Wir haben es echt nicht mitgefilmt. Und wir haben uns hier einen abgequält, ne? Ja, er hat einen Sprit geduscht, das ganze Gesicht voll mit Sprit. Ja. Rente heulen zum Waschbetten. Ah! Jetzt genug Karotten. Meine Augen sind gut. Ja, aber ich habe komplett den Benzin geduscht. Ich habe so eine Levi-Strauß-Jacke, habe mir eine Frau mir geschenkt. Die stinken sauer auf mich, wenn die ganze Jacke versaut ist. Ah, Katastrophe. Feierabend. Aber ist so. Aber? Fast. Ja, toll. Klingt auch gesund. Drei Maße halten, womit ich heute nach Hause fach. Ja. Ja, der wird Bruder gerettet. Genau! Mit dem Dreislinder-Golf, mit dem Bruder-Schaden. Ne. So, da ölt sich jemand selbst. Also, das Öl, was er verbraucht, schmeißt er durch Benzin wieder rein. Ja, das ist ein Problem daran. Die Nachfüllfunktion ist ziemlich hardcore bei dem Ding. Immer interessant, was passieren würde bei den Ewigkeiten so weiterfahren wie das 3 Pölten, bis er immer... Ich nehme dir ein Geschenk. Ich fahre damit so nach Hause. Das will ich feiern. Ich fahre damit so nach Hause. Ich fahre damit so nach Hause. Ich fahre damit so nach Hause. Alter, wie seid ihr? Ich lehne den. Den Ruder revidieren wir. Dann holen wir uns einen Köln vom Schrott. Dann holen wir einen Hohenräumel und dann gehen wir dann durch den Schrott. Dann packt dich so schieben. Ja, ja, wenigstens ein Video. Das dem läuft wieder. Ja, wir sind ein Update und besser als ein schlecht Date. Munter! Mal. Ich scherzen die Lebensfahrer. Mal. Ich scherzen das Video. Mal. ento-Urg-Einge-τίgen. Mal. 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 Ach, meine debe! Musik! Mal.